Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege. Wie sind wir zurück am Start? Wieder mit der werten Kolja. Moin. Moin. Und wir stürzen uns ins wunderbare Ranked rein. Let's go. Ah, Pfad. Moin Leute. Dass er das aufgehört hat. Jan, wir gehen Layer safe. Wir müssen safe gehen, ja. Ja, wir wollen hier keine bösen Überraschungen haben. Kanal wäre okay, Villa wäre okay, Chalet wäre so mjeh. Von Solat wäre... Nee, nicht schön. Ja, alle anderen Maps sind besser. Ja, guck mal. Ist okay. Ja, der First auch schmeckt. Das schmeckt woanders wieder. Mago Testnik, hol mir die Servierten raus und jetzt wird gespachtelt. Aber Clash kann ja auch schon gemeint sein. Wenn die Bridge spielt, bist du halt absolut... Bist halt down, ne? Dann bist du down. Baby, are you down, 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 down? Boah, Digga, das ist ja übel alt. Das ist ja übel, Alter. Da waren wir ja noch Kinder, Digga, wo das rauskam. Take Amor, Geist. Schon gleich hat seine Amor vergessen. Wenn das jetzt... Der Doc ist, der Spawn peekt Jan, ne? Dann gibt's den Report. Zu Recht, sag ich. Den Report, den mach ich dann auch nochmal dicht fest. Dann mach nochmal in weiteren. Meine Fresse. Was ist los, Jan? Hallo. Ich peek hier ins Fenster. Weißt du, wie ich mein? Ja, ich hab das Gefühl, dass er deine Mütze vergessen tut. Hier, hier, hier. Oh Gott. Oh, das wird, glaub ich, nicht funny gleich. Wenn jetzt hier gleich ein Blitz reinkommt, dann bin ich aber auch lost. Das war gar nicht dumm von mir. Ich bin jetzt auch gerade richtig... Hier hinten am Fenster ist die Brava. Aber die ist wieder raus. Oh, das ist... She's looking at your frost. But wait, we'll be she jumping in your trap. Alter. She's right at the shields. War jemand da am Fenster, weißt du was? Die Blenden. Die geht für Blenden, ja. Blenden denied. Good shit. Oh, oh. We made this house cleave, nice. I like. Ja, Jan, jetzt musst du aufpassen. Könnte sein, dass du hier gleich den Frost reißt. Okay, das ist die Kürbis. Ja. In the Mowerade drin. Mowerade drin. Ich bin schon down. Ich bin schon down. Okay, ein, ein... Oh, ja. Aber der holt sich selber raus. Wo ist denn der Doc aber auch die ganze Zeit? Der ist die ganze Zeit auf der Brücke. Ja, weiß nicht, was der da spielt. Der hätte mir ein Spritzchen geben können und der hätte auch mal helfen können, sag ich. Der macht nicht einen Kill jetzt, sag ich. Der bleibt da auch sitzen. Nur hat er die Ruhe weg. Achso. Ey. Achso. Achso, spielt schon. Also, was der Doc da jetzt veranstaltet hat, das habe ich nicht verstanden. Ja. Weil es sitzt da ganz gemütlich, ist seine Stulle da auf der Brücke, weißt du. Und dann kommt da mal gegen Ende, mal so ein Futter vor. Oh, ja. Ja, komm, schau, schau, schau. Also, da habe ich schon wieder nichts zu zu sagen und wir sind zu viert. Es ist Katastrophe. So, Leute, ihr seht es jetzt ja, ich bin nur alleine on-spot. Wie machen das hier irgendwie? Ja, das ist nice. Ohr, ohr. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Unten machen die schon was auf. Das sieht sehr, sehr schwierig für mich hier gerade unten aus. Bei mir auf jeden Fall. Oh, die werden mich pushen. Ah, einer ist noch hinten, die Ash. Hier vorne liegt irgendwo jemand. Okay, nice. Ash, away last. Lass den liegen, lass den liegen. Ja, ja. Okay, gut. Gut, haben wir gut geholt, die Runde. Alter. Guck dir, das sind wir auch richtig. Ich habe es einfach nur vor mir hingelegt. Ja, im Grunde wolltest du mal ausprobieren, ob es funktioniert. Aber einen Kill wolltest du damit nicht holen, sage ich. Ich weiß nicht gerade, was los ist. Ey, auch schon letzte Runde. Ich meine, Aim ist ganz woanders. Oh, Gridlock hat mich erwartet. Gridlock very low. Scheiße. Dann gehen sie mal an die Games, BD. Ja, bin drin. Jetzt sehe ich nichts, weil die eine anruft. Ah, warte. Das Callcenter wieder dran. Hast du den Haupteingang bei A einen Blick, wenn da jemand reinkommt? Ich sehe immer noch nichts, immer noch nichts. Jetzt sehe ich was. Du musst nur, dass da jemand bei der A immer reinkommt. Nice. Line dead. Hier ist A und Ping. Und Ping. Und Ping ist Ash. I think she is not alone. Also, maybe Ash und Gridlock da. Ja, bei mir ist auf jeden Fall jemand. Einer ist bei Frost noch gedowned. Einer gedowned. Oh, what? Die Gridlock muss very low sein. Ne, die ist die Doka, die Doka. Ja, meine ich ja. Die Doka ist da. Die ist hier bei mir. Die ist sehr low. Ich glaube, die war gedowned. Also entweder war sie gedowned oder die Ash. Wir haben gute Positions. Ich sehe hier, ja. Okay, das ist wichtig, dass du das siehst. Ja, sie ist da, sie ist da, sie ist da. Rechte Seite von der Tür. Inner Legion, die ist drin, die ist inside. Die ist seit. Sitzt auf Redping. Jetzt bewegt sie die Tür. Stark! Alter, da muss sie aber auch gerade erst mal suchen. Ich sage, er aim ist am Start. Suchbild, guck, guck. Wo ist Waldo? Also theoretisch wäre es gut, wenn der Breach auf ist. Und wenn jemand auf Brücke kommt, wenn wir beide Seiten abdecken. Ich denke, die gehen nicht für Breach. Amaru und Fuse gepickt, Jan. Ich krieg Herpes. Wir gehen für Breach. Aber wer nimmt denn da? Was? Weil Rainbow Six ist ein Objective-Based Game. Hier sind Kills egal. Wer nimmt denn Fuse? Wir müssen, weil der dumm ist, wir müssen Breach gehen und dann für den Plant. Ich frage mich, ihr seid ja jetzt zu zweit oder zu dritt fast. Lohnt es sich für mich da jetzt auch noch hinzugehen? Nein, nein. Geh Bridge oder so. Ah, nee. Nevermind. Ich glaube, ich kann da onside. Ich gehe für Plant. Ja, mach jetzt keinen Shit, Alter. Ich gehe für Plant. Ist der Feuer um dich herum platziert? Jemand ist drin. Bewegt mich nicht. Ich sehe mich. Ich sehe auch gar nichts. Stark. Stark. Oh Gott. Wo ist die? Wo ist die? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe Bridge hinten im Blick. Wenn die vorkommt. Ruhig, 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 ruhig. Wer ist die? Hier und hinkt. Get downed. Get downed. Nice. Weil es ist ein Objective-Based Game. Richtig krass. Drohne, drohne, drohne. Ähm, nice. Hier hinten, hinter dem Objective direkt. Der Mute. Ne, wer ist denn das? Ja, der Mossi. Mossi, ja. Das ist Rook. Der sitzt genau dahinter. Warte, ich setze Feuer. Oh, der Mossi ist um die Ecke gepusht. Das war ärgerlich. Hab ihn, hab ihn. Dead, gut. Der kam aber auch sehr weit. Oh, da ist noch jemand. Ah, das ist der Rook. Ah, der Fuse hat vielleicht einen Angle auf denen. Hey, Buck, can you pick me up? Nice, nice. Danke dir. Still alive. Ja, alles gut. Alles gut. Zeit genug. Zeit genug. Ich hab noch eine Cam. Warte, ich hol mal eine Cam. Ja, ja. I get my drone. Alles müssen wir ja. Dürfen jetzt auch keine One-V-One's geben. Ich hab den in der Cam hingestellt. Ja, ja. Der ist auf den Fuse konzentriert. Echte Seite ist still. Aber pass auf, wenn du swingst. Ich glaub, einer ist B-Bombenoch. Ja, push vor, push vor. Ist jetzt am Breach, Breach. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Sehr stark. Ich würd sagen, smoke und geh für plant. Ich hab den Defuser. Doch, ich hab ihn. Ich hab ihn nicht. Dann hol den. Hol den. Oder push ihn jetzt zusammen. Eins von beiden müsst ihr machen. Er hat Defuser geholt. Scheiße. Die rotieren safe. Buck, go for plant in A. Vielleicht kannst du ihn smoken, up-smoken. Aber er geht noch nicht, geplant. Er ist da, ist jetzt da. Smoke ihn up, smoke ihn up. Und jetzt hol den hier, Digga. 15 Sekunden. The user is online and active. Ja. Ja, die Sauber an der Tür, ja. Die kommt, Breach. Ja, kommt jetzt wieder Tür. Er ist immer noch close, Breach. Ja, gedaunt, gedaunt, gedaunt. Gedaunt. Alter. Well played. Haben wir das geholt, ey. Uiuiui. Sehr, sehr, sehr schön. Und jetzt krieg ich auch meinen Victory Screen. Leute, das war eine extrem erfolgreiche Runde. Hat sehr viel Spaß gemacht. Schaut gerne auf dem QS-Kanal vorbei. Link oben in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns in der nächsten Rainbow Six Folge wieder. Für immer einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und auch rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.